Und gestern gab es einen plötzlichen Anstieg so ziemlich aller Automatik Market Maker, also den dezentralisierten Dexes. Woran das lag? Richtig, besprechen wir gleich zusammen. Ripple äußert sich mal wieder zur SEC und Automatik Money Maker Martin hat sich wieder zwei NFTs gegönnt, auf die ich euch vorher schon mal angesprochen hatte, aber welche das sind und warum ich mir die gekauft habe, gleich bei uns. Also stay tuned. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Krypto-Noobs. Ich bin hier der Chef-Animateur Jan Martin, a.k.a. Automatik Money Maker Martin. Wir sind ein Team, bestehend aus drei Noobs. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was bei uns im Krypto- und NFT-Universum so alles passiert, by the way, definitiv auf dem aktuellsten Stand sein wollt und vielleicht obendrauf auch noch an ziemlich knackigen und präzisen Preisprognosen und Marktanalysen interessiert seid. Was soll ich sagen? Was soll ich da noch sagen? Genau, ihr habt den richtigen Kanal eingeschaltet. Und jetzt gibt es nur noch drei Sachen zu tun und dann lege ich auch sofort los. Erstens die Sendung liken, zweitens unseren Kanal abonnieren und drittens die Benachrichtigungsglocke hier unten. Auch die abonnieren, denn das hilft uns für den Algorithmus um und um in den YouTube-Ether gespielt zu werden. Und es hilft auch euch, denn ihr wisst dann immer, wann unsere Sendungen on gehen und wann Automatik Money Maker Martin ab und zu mal seine Extrasendungen einstreut und genau jeden Sonntag live geht. So, das war es von unserer Seite und jetzt gehen wir auch wirklich direkt in Medias Race, gucken uns die Top 100 an. Ich aktualisiere die Geschichte mal ganz kurz hier. Die 44 hatten wir schon wieder angetestet. Gestern hatten wir auch besprochen, dass wir den unteren 40er-Bereich nochmal angetestet hatten. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Wir gehen gleich auf einen ganz wichtigen allerdings davon ein. Verrate ich noch nicht zu viel. Das besprechen wir gleich. Das ist mir gestern so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen durchgerutscht. Aber das können wir ganz gut mit einer neuen Neuigkeit, oh ich liebe neue Neuigkeiten, meine Damen und Herren, wir können das ganz gut miteinander verbinden, deswegen passt das. Also, und die Top 100, da können wir mal ziemlich schnell rüber rasieren heute, glaube ich. Falls ihr das erste Mal dabei seid. Gains und Losses der letzten Stunde hier, des letzten Tages hier. Diese beiden Spalten sollten sich dann von alleine erklären. Und hier können wir sehen, wie weit der jeweilige Coin von seinem All-Time-High entfernt ist. Und hier können wir dann sehen, wie hoch dieses war. Ja, wir können sehen, keine große Veränderung. Die letzten 24 Stunden und auch die letzten 7 Tage. Terra Luna ist da natürlich wie immer zu nennen. Wir wissen ja, ich bin ja bei Luna raus, bei 35 Dollar. Hatte eine Entry von ungefähr 7. Ein bisschen weniger sogar noch. Und ja, habe aus dem Coin insgesamt, hatte ich euch damals ja auch erzählt. Und hatte euch da auch erzählt, welche Coins ich mir dafür gekauft habe. Mir dafür 5 neue Coins gekauft. Und konnte noch bei weiteren Dollar-Cost-Average machen. Also sollte ich bei Luna nicht mehr reinkommen. Dann, jo. Dann war es das gewesen für diesen Bullrun. Ne, meine kleine Süße. Wir sehen uns im Bärenmarkt wieder. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich weiter auf dem Zettel. Aber es war eine schöne Zeit. Und dann gehen wir getrennte Wege. Ich bin auch sehr zufrieden mit den Coins, die ich mir dafür gekauft habe. Uniswap ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ihr könnt ja sehen. Ich habe euch lieber CoinMarketCap aufgemacht. Da gehen wir dann gleich kurz drauf ein. Das hat nämlich alles auch damit zu tun, dass der kleine Dip gekommen ist. Und es sind bestimmte Projekte nach oben gegangen. Und das hat alles einen kausalen Zusammenhang, wie man so schön sagt, meine Damen und Herren. Der Rest können wir sehen. Es hält sich alles einigermaßen stabil. Kosmos hat jetzt mal 8% Minus gemacht. Hat sich allerdings auch sehr, sehr stabil gehalten. Wir können das ja auch sehen, wenn wir uns die letzten 30 Tage mal hier anschauen. Sehr stabil gewesen. Da ist nämlich ziemlich alles im roten Bereich. Außer unsere Top-Performer Solana, Luna, AVEX und natürlich Algorand und Kosmos. Tesos ist hier gerade auch noch zu nennen. Stimmt, die haben wir auch nochmal richtig Gas gegeben. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen nichts Weltbewegendes passiert. Bis auf, dass gestern die Automatik Market Maker ziemlich nach oben gegangen sind. Also die, beziehungsweise die dezentralisierten Exchanges, die dezentralisierten Börsen sind gestern, das können wir hier in der Chart sehen, sind gestern ziemlich nach oben gegangen. Ihr könnt ja sehen, der Absturz ist auch schon wieder gekommen. Dann gucken wir uns mal ganz kurz die letzten 7 Tage an. Da können wir aber trotzdem sehen, das ist nämlich wichtig, dass wir noch vorne sind. Das sieht jetzt in dieser Tageschart so aus, als wären sie wieder komplett am Abstürzen. Aber wir wissen, wenn ein großer Pump kommt, dann wird auch mal wieder kurz konsolidiert. Und ich schätze, die werden vielleicht nochmal ein bisschen runtergehen. Ich glaube, die sind sogar schon wieder am Hochgehen. Die werden vielleicht noch, keine Ahnung, 50 Cent runtergehen. Maximal bis 22 und dann, glaube ich, geht es wieder nach oben. Aber wir können hier halt sehen, dieser Anschwung, Anschwung habe ich gerade schon gesagt. Habe ich doch, habe ich gerade schon gesagt. Ich habe es gerade gesagt. So, bin wieder da, meine Damen und Herren. Dieser Pump, der hier gekommen ist, der ist halt auf zwei Sachen zurückzuführen. Das eine ist das Huobi. Eigentlich ist beides auf eine Sache zurückzuführen, aber es gab zwei Auslöser. Denn der China-Bahn, der ja so intensiviert wurde letzte Woche, das hatten wir ja auch besprochen schon wieder. Der hat dazu geführt, also was China dann intensiviert hat, ist, dass man, dass sie einigen Investoren auf jeden Fall gesagt haben, dass sie ihr Land gerne verlassen möchten. Huobi ist eine der größten, eine der größten, Huobis zentralisiert, Entschuldigung, ist eine der größten zentralisierten Börsen in Asien. Und die haben nun, das können wir hier sehen, after Huobi delivered some bad news, Crypto-Market fell. But Chinese investors may be looking for ways around the Central Bank's Crypto-Ban. Ich hatte euch vor zwei Monaten schon gesagt, alles, was da gerade in China passiert, wird im Long-Run gut für unser Universum sein. Und das scheint jetzt hier auch zu passieren. Denn Huobi hat halt, das habe ich hier mal ganz kurz, euch geblut. Ah ne, da ging es um was anderes. Also sprechen wir gleich. Wo war das? Genau. Also hier ging es darum, dass chinesische Investoren von nun an keine Coins mehr bei Huobi kaufen können. Man kann sich auch nicht mehr neu anmelden und man muss seine Konten bis zum 31. Dezember diesen Jahres terminieren. Das hat natürlich dazu geführt, genau wie dieser China-Crackdown, dass halt die Chinesen gesagt haben, ihr müsst jetzt eure ganzen, ich sag jetzt mal, zentralisierten Wallets und alles, alle Investitionen, die ihr an zentralisierten Dexes habt, die über uns in irgendeiner Form, irgendeiner Form irgendwie laufen, die müsst ihr schließen und zumachen. Und was passiert? Dann gehen die Kollegen halt an dezentralisierte Dexes. Wir hatten dieses Thema schon oft besprochen. Und wir wissen, man kann Bitcoin nicht aus einem Land verbannen. Man kann Krypto nicht bannen. Meda-Mask runterladen, dezentralisierte Börse. Just saying. Wie gesagt, wir hatten das ja schon öfter besprochen. Ihr wisst, was zu tun ist, falls ihr in China lebt. Also, das hat natürlich dazu geführt, dass Uniswap und auch andere dezentralisierte Börsen krank nach oben gegangen sind. Also ich glaube, Uniswap haben wir ja da gesehen. Die sind 30, 40, 50 Prozent nach oben gegangen, sind jetzt wieder ein bisschen runter. Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Und Huobi hat ein Cold Wallet von sich, wo 22.000 Bitcoin insgesamt drin waren. Das kann man hier sehen. Das macht auch alles Sinn, dass Huobi Bitcoin von einem kalten Wallet in ein warmes, in ein heißes Wallet, um das jetzt mal ganz plump zu übersetzen, transferiert. Wir wissen ja, Cold Wallets sind normalerweise Wallets, die nicht angefasst werden, sondern die wirklich dann liegen sollen, ein bisschen, ja, wie soll ich das in unseren Noobs erklären, so ein bisschen ein extremeres HODL-Portfolio. Das Cold Wallet ist Cold Storage, da wird nicht rangegangen. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Reserve für eine Börse. Wie Huobi zum Beispiel. Dass du auf jeden Fall, falls irgendwas schief geht, hast du die 22.000 Bitcoin da. Die haben sie jetzt rausgeholt. Und warum, genau, die Chinesen möchten dann natürlich auch komischerweise ihr Geld jetzt mal langsam auszahlen, was sie dann da haben, weil sie es müssen. Und deswegen bereitet sich Huobi einfach darauf vor, falls sehr viele Withdrawals, also sehr viele Auszahlungen kommen, dass sie die auch, ja, erstens auszahlen können und dass sie das auch auffangen können mit ihrem Volumen. Das Volumen einer Börse ist ja auch immer sehr wichtig. Das hat aber zu dem DeFi-Pump und auch vor allem zu dem Pump der dezentralisierten Dexes geführt. Ich glaube, SushiSwap ist auch 30% gestern nach oben gegangen oder so. Wir sehen ja wieder, es hat sich alles ein bisschen beruhigt, aber Plus haben sie trotzdem gemacht. Wenn man das auf den Long Run sieht und, nee, wenn man das, Entschuldigung, wenn man das Middle Term sieht und wenn wir das in dem Long Run betrachten, also the bigger picture, wie man so schön sagt, ist das definitiv bullish. Und ich bleibe dabei, das, was in China passiert ist, ist nur gut für uns. Und warten wir mal ab, ob die nicht in 5 bis 10 Jahren dann doch wieder zurückkommen, weil ich bleibe dabei, irgendwann kannst du dich halt nicht gegen wehren. Wenn die Welt so funktioniert, dann musst du dich irgendwann der Welt tatsächlich anpassen, weil sonst läufst du hinterher. Und da haben die Chinesen definitiv gar keinen Bock drauf. Wir werden ja sehen, was passiert, wenn sie ihre digitale Währung rausbringen, ob das dann alles so funktioniert, wie die Kollegen sich das vorstellen. Ich glaube nämlich, das könnte vielleicht ein kleines Desaster für die Kollegen werden. Hoffe ich zumindest, weil dann müssen sie auch anfangen zu überlegen. So, genug philosophiert. Obwohl, es wird noch ein bisschen weiter philosophiert. Nein, ganz kurz. Ihr wisst, ihr wisst, was bei mir ganz kurz heißt. Also, komm. Ich gebe dem Kollegen, muss ich sagen, einigermaßen recht. Es ist auf jeden Fall eine riesengroße Möglichkeit, durch Gaming und Blockchain-Gaming, dass die Mass-Adoption schneller zu uns ins, schneller zu uns ins, ist korrekt, Kryptouniversum kommt. Das kann aber auch natürlich sehr schnell durch DeFi passieren. Oder, ich bleibe auch noch bei VeChain. Die Supply Chain sollte man nicht vergessen. Es wird darüber sehr, sehr wenig geredet. Aber guckt euch mal an, was die alles macht. Das ist sehr interessant. Beziehungsweise, falls ihr unsere Sendung da noch nicht geschaut habt, ich habe mal eine Extra-Sendung tatsächlich über VeChain gemacht. Da erkläre ich, was die Supply Chain von VeChain macht und warum ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird. Und VeChain in 5-10 Jahren ein Big Player sein wird. Bin ich mir sehr sicher. Was ich euch hier geblut habe, gehen wir auch mal kurz durch. Jeff Zerline runs the largest NFT-Project ever created. Also Axie Infinity. His Monsters battling game Axie Infinity boasts 1 million users and has generated 2.1 billion, also 2,1 Milliarden Dollar in sales. And it costs, und da haben wir natürlich das Problem, Es kostet ungefähr 1.500 Dollar, überhaupt dieses Spiel spielen zu können. But, like all successful startups that went from 0 to 100 in a hot minute, Zerline is faced with the age-old question, how can Axie keep on growing? Ich bleibe dabei, Leute. Lasst die Finger von Axie Infinity. Es ist zu teuer, es ist zu doll gehypt. Und ich habe einen Bericht gesehen. Ich bin immer noch der Sache auf der Spur, worüber ich euch am Freitag erzählt habe. Ich habe von dem Thema noch nicht abgelassen. Aber wie gesagt, bevor ich einen Coin expose, muss ich mir 100% sicher sein. Was mir bei der Recherche allerdings auch ein bisschen unter die Finger gekommen ist, ist ein Artikel, der über Axie Infinity geht. Und den muss ich mir auch nochmal genau angucken. Denn so wie es aussieht, ist Axie Infinity ein Pyramidensystem. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich sage, der Coin ist sowieso zu doll gepumpt. Es ist auch gerade zu teuer, da reinzugehen. Ich bleibe dabei, lasst die Finger davon. Ihr habt den Disclaimer gesehen. Mehr sage ich nicht dazu. Meine Damen und Herren. Südafrika, generell Afrika, öffnet sich ja auch immer mehr unserem Kryptouniversum. Natürlich auch aus den gegebenen Umständen, dass man es zum Teil auch definitiv braucht, weil entweder die Wirtschaft brach liegt oder wie in Äthiopien zum Beispiel, dass die Schulsysteme überhaupt nicht funktionieren, die Infrastruktur nicht da ist. Wir wissen ja, dass Cardano nach Äthiopien gegangen ist, damit man da zumindest mal die Zeugnisse, die in den Schulen gemacht werden, dass die auf einer Block, dass die, Entschuldigung, die werden, also nochmal, die Noten, die ein Schüler hat jedes Jahr, die werden auf einer Blockchain gespeichert. Egal, wo man ist, in Äthiopien. Das kann man auch, glaube ich, bei denen sogar bei einer Handy-App machen. Also das könnten die Lehrer definitiv so machen. Sonst muss man es über einen kleinen Computer machen. Der ist da auch noch nicht überall. Ich weiß, aber es ist halt der erste Schritt dahin, dass man halt alle Schulnoten, die man hat, dort sammeln kann. Und wenn man sich dann bei einer Universität zum Beispiel bewirbt, dann kann man einfach auf seine Blockchain zurückgreifen und kann sagen, hier sind meine Unterlagen. Zum Teil ist es halt ein bisschen schwer in Afrika, wenn man irgendwo in einem Dorf oder in einer kleineren Stadt seinen Schulabschluss gemacht hat. Vielleicht gibt es die Schule nicht mehr oder es brennen manchmal auch Schulen ab. Es gibt Überschwemmungen und es ist alles nur auf Papier festgehalten. Wie willst du dann irgendwo bei einer Uni, auch in Europa zum Beispiel, oder so beweisen, dass du ein guter Schüler bist und dass das nicht gefälscht ist? Mit der Blockchain ist es dann, das Thema haben wir ja, beziehungsweise wir wissen ja, was die Blockchain macht. Es wird darauf gespeichert und so können dann alle Universitäten auf diese Blockchain zugreifen und können sich dann die Noten des jeweiligen Schülers angucken. Es ist wieder kurzes Philosophieren mit Jan Martin, hätte ich fast gesagt. Nein, es ist kurzes Philosophieren mit Automatik, Mane, 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 Mane. Also, Südafrika reiht sich da jetzt aber auch ein. Was heißt, Südafrika reiht sich ein? Ich sage mal so, sie haben Kryptos schon wahrgenommen, aber sie haben halt, wie in vielen anderen Ländern, keine klaren Regularien. Und deswegen, South African University Professor urges country to finalize cryptocurrency policy warns against resisting Krypto. Thema hatten wir auch schon in anderen Ländern. Er sagt, es wäre ein großer Fehler, sich dagegen zu wehren, Krypto nicht zuzulassen, beziehungsweise auch, das einfach zu ignorieren und wie es die SEC so schön macht, darauf gehen wir nämlich gleich ein, einfach nur zu sanktionieren, anstatt es zu embracen, lieber vielleicht Krypto auch mit offenen Armen entgegenzutreten. Denn das Wichtigste, schreibt er im Endeffekt, am Ende ist, Formalizing cryptocurrencies work in favor of South Africa because such digital currencies hold lots of taxable tax. Das ist auch richtig. Es wird halt, wenn nichts besteuert wird oder wenn die Rahmenbedingungen halt sehr schwammig sind, dann ist das natürlich auch schwierig, Steuern auf bestimmte Sachen zu erheben oder man hält die Sachen einfach an dezentralisierten Dexes etc. Ich hatte euch ja schon meine Meinung dazu gesagt, wie ich das handhaben werde mit dem Auszahlen und so. Das muss aber jeder natürlich für sich selber entscheiden. Ich würde den ganz entspannen, legalen Weg euch einfach komischerweise vorschlagen. Aber es geht im Endeffekt, wie gesagt, darum, dass er sagt, wir sollten uns nicht dagegen verschließen, wir sollten uns gerade der Technologie nicht entgegenstellen, denn dieses Zitat hier, was er auch gesagt hat, das fasst das sehr gut zusammen. Technology has prevailed against violent and regularity opposition. Können wir übrigens auch gerade in El Salvador beobachten. During the era of the industrial revolution, some workers in Britain rioted against mechanized manufacturing firms. Blue-collar workers waged a war against technology. They physically destroyed production machinery cotton and woolen mills. Falls ihr es nicht verstanden habt, im Endeffekt sagt der Kollege genau das, was ich über El Salvador die letzten Sachen die letzten Wochen sage. Und zwar das ist, dass wenn was revolutionäres passiert, es immer Gegenwind geben wird und es wird immer Stimmen gegen, die sich dagegen wehren möchten, weil viele Leute natürlich auch Angst vor Erneuerung haben. Das ist einfach so. Es ist in der Natur des Menschen irgendwie verankert, dass wir Angst vor Erneuerung haben. Es ist so. guckt euch doch mal an, ein gutes Beispiel ist, eine News-Seite macht ein neues Layout. Und es ist im Endeffekt, wenn wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen würden, ist es eigentlich besser als das vorherige, wenn wir die Möglichkeit haben, auf die alte Version zurückzugehen, wir gehen sofort auf die alte Version zurück. Ist es so oder ist es nicht so? Es braucht manchmal seine Zeit. Und manchmal, das meine ich ja, obwohl es stimmt, damit, um den Gedanken abzuschließen und manchmal ist es halt so, wenn sie es dann einfach machen, dann bist du am Anfang am Meckern, aber im Nachhinein stellt sich meistens heraus, dass es dann doch besser funktioniert als vorher, oder? Das war jetzt ein bisschen sehr plump formuliert, aber ihr wisst, was ich meine, das Grundprinzip. Habt ihr, glaube ich, ich habe mich verstanden. Wenn nicht, ballert das in die Kommentare, beantworte ich euch nochmal gerne. Es ist doch heute Montag, ne? Ja, SEC und Ripple wird auch noch weiter Thema bei uns bleiben, bis das endlich mal abgeschlossen ist, aber wir wissen, es dauert nicht mehr lange. As the lawsuit with the US Securities and Exchange Commission, SEC, continues, Ripple CEO Brett Garlinghouse insists that the commission has provided no clarity in crypto regulation. Genau so sieht es aus. He said that the SEC is using its meetings with crypto companies as lead-led generation for enforcement actions and the agency has lost sight of its mission to protect investors. Genau so sieht das aus. Also, einen Moment, warte mal, wir lesen uns nochmal das ganz kurz durch und dann fasse ich euch das ganz kurz zusammen mit einem kleinen philosophischen Ansatz von Auto Money Money Maker Money, meine Damen und Herren. American innovation is one of the line because of the SEC's refusal to provide a clear framework for crypto. Instead of working with the industry, the SEC is using their meetings with companies as lead generation for their enforcement actions. Das hatten wir davor eben auch gelesen. Also, worum es im Endeffekt geht, das hatte ich, glaube ich, gestern oder Freitag in der Sendung bereits gesagt. Die SEC arbeitet halt einfach nur plump gegen Krypto und das, glauben wir Leute, dass genau das wird denn auch am Ende des Tages zum Verhängnis werden. So wie die Kollegen sich gerade aufführen, das ist einfach nur ein, Entschuldigung, für mich ein lächerlicher Lobbyistenverein, kein Rückgrat, öffnet sich nicht innovativen Sachen, obwohl Gary Gensler ja noch letztens gesagt hat, wenn wir uns Innovationen nicht öffnen würden, dann hätten wir kein Licht, keine Elektrizität. Genauso sieht das aus, Kollege. Also, zieh mal das kleine Ding da aus deinem, wo die Sonne nicht scheint und mach dich mal ein bisschen gerade. Bleib auch dabei, Ripple wird diesen Prozess mit fliehenden Fahnen gewinnen. Die SEC, es sieht schlechter und schlechter und schlechter aus und ich glaube nicht, dass Ripple sich das noch nehmen lassen wird. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den NFT-News. Ich habe nämlich ein, zwei Sachen gefunden, die wollte ich euch einfach jetzt noch zeigen. Mittwoch, wisst ihr ja Bescheid, NFT und Blockchain Gaming mit Automatic Moneymaker, Martin. Ich kann euch, glaube ich, so viel schon mal verraten. Splinterlands wird wahrscheinlich nicht das Spiel werden, was wir zusammen spielen, weil, genau, Mittwoch einschalten, meine Damen und Herren. Ich habe aber hier noch ein paar gute Pre-Sales gefunden. Der hier ist zwar erst am 10. Oktober, das werde ich mir auch nochmal genauer für Mittwoch dann für die Sendung von uns angucken. Ich finde aber schon mal die Illustrationen sehr, sehr, sehr gut. Darunter, das ist Bullish Lama, der ist morgen, der Verkauf. Und ich habe hier halt gesehen bei Twitter, jemand folgt dem, ich habe euch ja gesagt, wie ihr das machen sollt. Guckt auch mal, wer verschiedenen Projekten folgt. Und wir haben hier zum Beispiel den SpacePunks Club. Und ich weiß, dass einige YouTuber sehr, sehr Bullish auf die Kollegen sind, was wiederum bedeutet, dass sie wissen, was sie machen, was wiederum bedeutet, dass ich nicht glaube, dass die einen Projekt followen würden, was nicht gut ist. Der ist morgen um 1 Uhr nachts, können wir hier sehen. 1 Uhr 1 a.m. Also ich weiß nicht, ob ich da reingehen werde. Entschuldigung, 29. Entschuldigung, Entschuldigung, der Presale ist morgen. Da gab es wieder eine Whitelist für und der öffentliche Verkauf ist dann am 29. Ich muss euch sagen, ich weiß noch nicht, ob ich da reingehen werde. Die Ninjas hier oben, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich werde aber mir die Bullish Lamas auch nochmal angucken. Wenn da irgendwas, wenn ich da noch irgendwas Spezielles rausfinde, werde ich euch definitiv Bescheid geben. Macht das dann allerdings über Twitter. Also folgt uns auf Twitter. Da werde ich das dann raushauen. Die anderen Projekte gehen so. Hier habe ich gesehen, die haben 40.000 Follower. Der Sale war, nee, müsste dann, ich weiß gar nicht, ob der jetzt war oder dann morgen ist. Ist mir allerdings einen Ticken zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das Projekt so gehypt ist. Illustrationen sind okay. Kann man sich auch drüber streiten. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den verpasst habe. Denn generell, NFTs, wo Frauenart sozusagen drauf ist oder illustrierte Damen abgebildet sind, meine Damen und Herren, ist mir mal aufgefallen, dass sie generell sehr, sehr gut laufen. Wir können das auch gleich mal gucken. Baddies NFT. Wir sind ja auch gleich bei mir drauf. Ich zeige euch mal was von mir. Baddies NFT. Sieht noch nicht danach aus, wenn hier irgendwas ist. Gucke ich mir aber auch nochmal an für euch gerne. Die Seite kennt ihr ja, Rarity Tools. Und irgendwas hatte ich noch gefunden, was ich euch zeigen wollte. Genau, das war alles heute, die Sales. Aber da war für mich auch nichts, ja, nichts Besonderes dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch das hier ist so ein bisschen, sieht nicht schlecht aus. Aber ich glaube, dem followt auch niemand. Genau, die Kollegen habe ich ja noch entdeckt. Dem Projekt folgen auch einige Leute. Der Mint ist seit 5 Uhr, beziehungsweise das ist dann um 7 Uhr bei uns, glaube ich. Nee, 5 Uhr PM. Also 6 Stunden sind das. Also um 11 Uhr. In 3 Stunden ist der Public Sale hierfür. Und da bin ich natürlich auch mal auf Twitter gegangen. geguckt, wer dem followt. Und was ich hier vor allem gesehen habe, sind einmal die Kollegen. CryptoDeads, sehr gutes Projekt. Sind auch sehr am Pumpen gerade. Und der Kollege hier. Das ist nämlich der Co-Founder von den Pudgy Penguins. Könnt ihr euch mal bei OpenSea angucken, was sie für einen Floorpreis haben. Also der hat ein gutes Projekt entwickelt. Bedeutet, der hat ein gutes Gefühl für NFTs. Normalerweise bedeutet, man sollte sich das Projekt vielleicht mal angucken. Ich weiß noch nicht, ob ich da rein FOMO'n werde. Ich habe noch ein bisschen Geld in meinem Ethereum Wallet. Aber das muss ich jetzt auch nicht unbedingt verschießen. Würde mir das sonst vielleicht erstmal für den 10. Oktober da aufheben. Für die Ninja-Geschichten. Und das Projekt, was ich euch aber schon ans Herz gelegt habe, das waren die Magic Mushrooms. Da war jetzt gerade der Public Mint. ich konnte mir zwei ergattern und halte sehr, sehr viel von dem Projekt. Denn erstens ist ein YouTuber dabei, namens Brett Malinowski. Gönnt euch den Kollegen mal. Macht auch, macht eigentlich nur NFT-Sendungen. Ist aber sehr eloquent. Hält meiner Meinung nach ein bisschen zu viel von Alex Becker. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber sehr gut erklärt. Hat auch ein sehr gutes Gefühl. Und das ist sein Projekt. Das hat er mit seiner Freundin zusammen gemacht. Die heißt Luna Girl auf Twitter. Der könnt ihr da auch mal gerne folgen. Macht auch sehr schöne Art. Und die wiederum sind auch in einem anderen Projekt. Den Cosmic Cowgirls. Das hatte ich euch auch und werde euch das auch nochmal öfter ans Herz legen. Der Mint kommt in 2-3 Wochen. Bin ich sehr, sehr, sehr bullish drauf auf dieses Projekt. Und meine beiden Kollegen, die können wir uns mal hier kurz angucken. Die beiden habe ich gekriegt. Warum ich die beiden zum Verkauf reingehaut habe? Richtig. Ich habe 0,05 für einen bezahlt. Also ich habe erstmal ein Ethereum reingehauen. Ich denke, das ist ein bisschen overpriced. Aber stelle sie lieber ein bisschen zu teuer rein als zu billig. Ich habe 0,05 pro Mushroom bezahlt. Also wenn ich 0,01 raus habe, habe ich meinen Einsatz wieder drin. Ich denke allerdings, dass ich für die locker, locker 0,5 irgendwann kriegen werde für den. Und ich denke tatsächlich, dass ich auch einen für den bekommen kann. Also wäre mein Ziel eigentlich, eigentlich den hier zu verkaufen. Dann hätte ich einen 10x gemacht und den würde ich dann allerdings wieder runternehmen von der Liste und würde den erstmal behalten und erstmal mir für den Long Run nehmen. Und die anderen, da sieht das ähnlich aus, die habe ich einfach alle reingesetzt, um auf mittelfristig meinen Einsatz komplett wieder raus zu haben. Alles, was ich eingesetzt habe und dann den Rest laufen zu lassen. Und dann kann man ja sehen, wenn was gerade am Pieken ist, dann kann ich es ja immer noch verkaufen. Aber Einsatz, ganz wichtig, Einsatz erstmal rauszuholen und so wie das NFT-Universum im Moment auch ist, nochmal, nehmt kein Geld irgendwo raus, was ihr nicht habt. Nehmt, wenn dein Geld was über ist, denn ihr müsst darauf vorbereitet sein, die auch ein bisschen liegen zu lassen, bis der Bull Run wiederkommt und auch der nächste NFT-Run wiederkommt. Da müsst ihr euch darauf einstellen. Der schnelle Flip ist im Moment nicht da, den könnt ihr im Moment nicht machen. Ihr könnt vielleicht 2, 3x machen oder so, aber da ist Sinn, Sinn, ist, ihr wisst was ich meine, da ist auch definitiv viel mehr drin bei den NFTs. I'm just saying, und deswegen werde ich die definitiv laufen lassen. Und was ich gesagt habe, nochmal jetzt, ich habe jetzt glaube ich nämlich ein bisschen durcheinander geredet. Mein Ziel wäre, pass auf, mein Ziel wäre, den definitiv behalten, den Kollegen behalten, ich finde der sieht auf jeden Fall gut aus, den würde ich schon ganz gerne behalten, aber wenn ich wählen müsste zwischen den beiden, würde ich sie eigentlich lieber behalten, allerdings ist der Floorpreis bei denen schon 0,2. Wahrscheinlich werde ich mich demnächst von ihr trennen müssen. Die Kollegin habe ich auch geholt, um die irgendwann wieder abzustoßen, aber auch für den Preis, den ich hier angegeben habe, da werde ich nicht runtergehen. Und genau, dann noch einmal unseren kleinen Mushroom hier und den Rest würde ich dann laufen lassen. Und gegebenenfalls auch bis zum nächsten Bullrun. Ich bin hier nicht in Eile, Leute, ich bin nicht in Eile. Ich bin ganz entspannt, ich bin gut aufgestellt. Und so fährt sich das dann auch entspannt. Deswegen nehmt nochmal, 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 nehmt nur Geld, was ihr überbt, weil sonst ihr werdet nervös und guckt ihr immer wieder da drauf und so muss ich das verkaufen, weil sonst kann ich mir das nicht wiederholen. Tut das nicht. Ich bin komplett entspannt. Ich könnte auch theoretisch die ganzen NFTs bis zum nächsten Bullrun laufen lassen. Ich hätte da kein Problem mit. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich alle nicht so lange halten werde, gerade weil Panda Dynasty und bei Play Colony und bei Metaverse, denn bei allen dreien kommt ein Spiel nochmal raus. Bei den Magic Mushrooms hatte ich euch ganz vergessen, ganz kurz nochmal zu sagen. Da gibt es auch, wenn man da im Discord ist, gibt es auch verschiedene Tears quasi, wie das beim, ja Tears ist jetzt schwer gesagt, verschiedene, verschiedene Levels, verschiedene Levels, doch, die man haben kann. Es gibt glaube ich einmal das OG Level, das ist glaube ich, wenn man mehr als 10 hält oder so. Dann gibt es noch quasi das Noobs, das Newbie Level, das ist wenn man mehr als 2 hält und dann noch mehr als 4. Und die überlegen sich auch einige Sachen noch mit denen zu machen, also dass man zum Beispiel vielleicht Belohnungen kriegt, dass man Airdrops von anderen NFTs kriegt, wenn man die Magic Mushrooms hält. Ich denke da zum Beispiel an die Cosmic Cowgirls, meine Damen und Herren. Also gebt euch das Projekt wirklich, ich bin da eben ein bisschen zu kurz drauf eingegangen, bin wieder in meiner eigenen Philosophie hängen geblieben, gebt euch das mal wirklich das Projekt. Ich finde das sehr gut, sehr interessant. Die haben sich da richtig Mühe gegeben und die haben sich auch richtig was dabei gedacht. Deswegen sage ich, wie gesagt, den einen Magic Mushroom, den werde ich bis zum Ende halten. Jetzt habe ich ja, ich bin ja geil. Jetzt habe ich ganz vergessen, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich schon wieder auf dem großen Bild war. No, no, no. Also hier nochmal die Seite ganz kurz. Das war, was ich euch eben zeigen wollte. Wir schneiden hier nichts raus, was nicht rausgeschnitten werden muss, meine Damen und Herren. Das ist einfach nur menschlich, das gehört mal dazu. Aber das wollte ich euch einfach noch kurz zeigen, dass wir hier eine kleine Story dazu entwickelt haben, etc. Roadmap ist auch ein bisschen anders. Gebt euch die Seite einfach mal und ja, lasst Luna Girl, Brett Malinowski und den Magic Mushrooms ein bisschen Liebe bei Twitter und bei YouTube da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Die haben es auch auf jeden Fall verdient. Brett, halb, halb, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sitzen aber alle im selben Boot, also gönnt ihm einfach. Das war es jetzt auch schon für heute. Es sollte wieder eine kurze, knackige Sendung werden. Es ist wie es ist, meine Damen und Herren. Deswegen halte ich mich jetzt mal ganz kurz. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zur NFT und Blockchain Game Sendung. Wenn irgendwas nochmal passiert zwischendurch oder ich irgendwelche Neuigkeiten habe, was den Scancoin betrifft, gibt es eine Sondersendung. Eine Sondersendung. Also, genau die Benachrichtigungsglocke abonnieren, meine Damen und Herren. Bis Mittwoch. Trade well. Gebt euch wohl. Mamba out.